hallo und herzlich willkommen zu einem neuen adventskalender video zu ravensburger adventskalender heute haben wir den 17 dezember wir öffnen das 17 türchen und heute möchte ich die grüßen wo im moment die neuesten abonnenten sind also die wo ich auch sehe hier zum beispiel hier der dortmund fan vor einer woche dann hier wackli westling dann hier märschweinchen kanal anabella figurino oder wie sie ausgesprochen wird dann so fifa mobile gamer dann hier tour dann kam pf bruder der chris fcb und zil fifa 19 also das sind die aktuellsten neuen abonnenten aktuell bin ich hier bei 965 abonnenten also wenn ihr mich abonniert werdet ihr dann gegrüßt also alle an neuen also nicht die abonnieren und wieder abonnieren also das ist nix so dann kommen wir jetzt mal hier zum 17 türchen ich bin mal gespannt welches team hier noch kommt wir öffnen es und es ist es ist leberkuchen so stellen wir das mal auf die seite sieht man es noch ein wenig aber nicht schlimm so wir haben nicht mehr lange und dann haben wir heilig abend also eine woche noch also ich muss jetzt noch vier tage arbeiten gehen vier tage frühschicht und dann war es das für dieses jahr manche haben ja schon reingeschrieben in die kommentare wie lange sie noch arbeiten oder nicht holen müssen also da brauche ich euch schon nicht mehr so fragen so sieht man alles ja sehr schön so hier haben wir die zwei hier haben wir die vier hier haben wir die 11 12 die nummer 3 fehlt noch wollen wir die nummer 3 die haben wir die nummer 2 und hier haben wir die nummer 4 so das waren dann hier die ersten vier teile und jetzt kommt wie immer der zeitrabber so So Puzzle Ball von Leverkusen ist fertig. So holen wir jetzt den Kalender wieder her, so Türchen Nummer 17 war hier oben, so ist auf Platz Nummer 2, also Leverkusen auf Nummer 2, so, so wir haben noch 1, 2, 3, 4 Puzzle Bälle und ja, dann haben wir noch 1, 2, 3 Kleinteile und dann war es das für dieses Jahr. So wie gesagt, wenn ihr neuer Abonnent von mir seid, dann werdet ihr halt gegrüßt. Das war die Idee von Makovitschka, ja, noch eine Woche arbeiten und Schule wahrscheinlich und dann haben wir Heiligabend, ich hoffe ihr habt dann alle einen schönen Tag dann, aber so weit ist es ja noch nicht, wir haben ja noch ein paar Tage. So, ich hoffe euch hat dieses Video gefallen, gebt ordentlich einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, was ihr wollt, am besten abonnieren und dann, ja, dann sage ich mal bis morgen und ciao, ciao Kakao, wie Joel immer sagt.